Hallo Leute, grüß euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ja, wie angekündigt und eigentlich schon seit längerem wieder mal, doch ein neues Gleitschirm-Test-Video oder wie ich doch lieber sage, ein Vorstellungs-Video. Wie ich ja schon in einem anderen Video gesagt habe und man es im Intro ja sehen konnte, es geht um den Ozon-Alta. Ja, scherzhalber, wie ich schon auch gesagt habe, nicht Older, wie man so in Wien sagt, heißt Older, sondern Alter. Und das A in Alter hat auch eine Bewandtnis, denn es handelt sich um einen High-A-Gleitschirm. Ja, ich finde diese Klasse der High-A-Gleitschirme recht interessant, denn mittlerweile gibt es mehrere Mitbewerber, die hier in dieser Klasse, also High-A, interessante Flügel anbieten. Ozon hat jetzt da auch aufgeschlossen. Und da Ozon ja, wie so manche ja vielleicht wissen, eher in die sportliche Richtung geht bei ihren Gleitschirmen, ist das ja besonders interessant, was da Ozon im High-A-Bereich so zaubert. Vorweg gesagt, ja, für welche Pilotengruppe denkt Ozon, dass der Alter eigentlich sein soll? Naja, interessant ist auch nochmal dazu zu erwähnen, dass es vom Alter nur eine einzige Version, sagen wir so, gibt, weil von den meisten anderen Gleitschirmen von Ozon gibt es eine leichte, bei manchen sogar eine ultraleichte Version und dann unter Anführungsstrichlein eine normale Version, also die aus festeren, schwereren Materialien gebaut ist. Das ist beim Alter zum Beispiel jetzt nicht mehr. Da gibt es nur, wie Ozon es selber nennt, die Semi-Light-Version. Vielleicht kommt auch da nochmal eine normale Version, weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass es bei dem bleiben wird. Und diese Semi-Light-Version im High-A-Segment soll laut Ozon ambitionierte Einsteiger-Hike-and-Fly-Piloten ansprechen. Denn, wie ja bekannt ist, High-Gym-Fly boomt ja momentan so ein bisschen, möchte man meinen, möchte man sagen. Und da möchte man natürlich mitmischen und da ein, ja, auch einsteigerfreundliches Gerät anbieten. Naja, und das hat man natürlich auch sehr neugierig gemacht. Gerade die High-A-Klasse, finde ich eine spannende Geschichte. Weil die dann doch im Low-B-Segment, weil gerade im B-Segment, man weiß es ja, ist ja viel diskutiert, extrem gespreizt. Von komplett anfängertauglich bis eigentlich schon in die C-Klasse hinein, reichend vom Pilotenanspruch. Ja, und da mischt natürlich der Alter dann ordentlich mit. Also, das wird spannend. Ja, reden wir nicht lang herum, schauen wir sich den Gleitschirm einmal gemeinsam an. Ich sage euch eins, das wird spannend. Bis dann und viel Spaß. Ja, und da liegt da schon der Ozon-Alter. Ja, in diesem Falle habe ich einen komplett neuen, fabrikneuen Gleitschirm bekommen. Und geliefert wurde dieser hier, wie man ja schön sieht, in diesen Concertino-Leitpack-Sack, also Innensack. Ja, wunderschön zusammengelegt, wie man sieht. Ja, und man braucht aber keine Angst haben, denn der Alter ist kein durchgelatteter Stäbchenschirm. Stäbchen sind nur im Eintrittskantenbereich vorzufinden. Ja, das hat natürlich den Sinn, dass die Zellöffnungen offen gehalten werden und das Startverhalten dadurch wesentlich verbessert und vereinfacht wird. Denn, es ist ja nicht zum Vergessen, der Alter ist ja als Hike-and-Fly-Gleitschirm gedacht. Naja, und da ist das Packmaß natürlich ja auch ein Thema. Und wie man sieht, man kann den Alter auch sehr, sehr kompakt zusammenpacken. Nun ein Blick auf die Leinen und die Tragegurte. Wie man hier auf diesem Bild wunderschön erkennt, die Stammleinen sind ebenemäßig alle farblich abgesetzt. Gut, ist ja auch ein A-Gleitschirm und da soll das Ganze etwas einfacher gemacht werden beim Leinensortieren. Wunderbar zum Sehen auch, dass hier die A-Leinenebene eine einzelne Leine hat zum Ohrenanlegen, also geteilt ist. Der Tragegurt selber ist zum Glück standardmäßig, nämlich nicht ganz dünne Aromid-Leinern, um da das letzte Gramm da zu sparen für einen Hike-and-Fly-Gleitschirm, sondern ist auf drei Leinenebene geteilt. Man sieht es da ja schön, dann weiter farblich, wie schon gesagt, farblich abgetrennt in den Stammleinen. Hier ein Blick auf den Bremsgriff, der sehr handlich ist. Also man sieht hier mit Neon-Brem ummantelt, doch ist er griffig und angenehm zum Halten. Dieser ist magnetisch und mechanisch vor unbeabsichtigten Lösen vom Tragegurt gesichert. Der Bremsgriff selber hat aber ein etwas höheres Gewicht und in Kombination mit dem doch recht langen C-Tragegurt kann es passieren, dass, wenn man nicht aufpasst und schlampig ist, dass sich der hintere Tragegurt gerne mal verdreht und dazu, sagen wir mal so, Leinenproblemchen führen kann, wenn man da nicht drauf achtet und drauf schaut. Apropos Leinern, schauen wir sich da noch einmal etwas weiter genauer an die Leinern des Alter. Die Galerieleinern sind einfärbig rot, recht dünn und gabeln sich halt dann von den drei Stammleinenebenen auf vier Leinenebenen auf der Kappe. Ja, und der Alter hat sehr, sehr viele, also zahlreiche Galerieleinern, was ja an sich nicht schlecht ist, weil die Kappe dadurch recht gut abgestützt ist und auch, dass für die Leistung sehr, sehr gut ist für den Gleitschirm. Ja, aber man muss halt, wie man hier schön im Bild sieht, dann aufpassen, dass es da keine Verhänger- und keine Schlaufenbildung gibt, denn, ja, wie in meinem Fall, der Schirm war fabrikneu und die Leine noch ein bisschen steifer, aber da passiert das schnell. Also sollte man bei den Startvorbereitungen wirklich genau aufpassen, dass man sowas, wie man hier sieht, nicht hat. Ja, der Alter ist auch ein Örchen-Schirm geworden. Ja, Ozon hat ja schon bei mehreren Flügeln diese Örchen. Ja, und auch bei den Mitbewerbern sieht man das immer öfters. Ja, und somit ist der bekannte Mitbewerber, der diese Örchen schon seit Anfang an hat, nicht mehr alleine. Ozon sagt, diese Örchen verbessern das Flugverhalten in der Steilspirale, also dass da die Ausleitung auf alle Fälle besser sein soll. Ja, und so hat jetzt halt auch der Alter und einige andere Flügel von Ozon auch diese Örchen, auch wenn sie ein bisschen anders positioniert sind, weiter innen am Flügel. Ich hatte den Alter in der Größe L hier. Dazu ist zu sagen, dass es den Alter in sehr vielen verschiedenen Größen gibt und dadurch optimal anpassbar ist, wenn man so sagen will, an den Piloten, an das Abfluggewicht. Der Alter L geht von 95 bis 115 Kilogramm. Ich bin ihm mit einem Abfluggewicht von 110 Kilogramm geflogen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir mal, dass wir mit den Ozon-Altern in die Luft kommen. Am Startplatz angekommen. Die Startvorbereitungen, sprich mit Schirm auslegen, Leinern sortieren etc., das ist schon geschehen. Das habe ich leider Gottes nicht auf Video, aber ich denke, das ist ja kein Hexenwerk. Da sollten wir ja wissen, wie das funktioniert. Wie ich hier im Video aber schon gesagt habe, ich wiederhole mich da noch gerne noch einmal, Bitte aufpassen, der Alter hat viele Galerieleinern, viele dünne Leinern. Da bitte genau schauen, dass da keine Schlauffallen etc. passieren, denn das könnte unter Umständen, wenn man da schlampig ist, einen Start vermiesen. Und, wie ich hier auch schon erwähnt habe, Ein bisschen aufpassen sollte man auch bezüglich des langen C-Tragegurtes mit der, naja, ich meine nicht sagen, schweren Bremsgriff, aber der ist zum Tragegurt natürlich doch ziemlich schwer, und vor allem mit der Halterung und mit dem Magnet, dass sich der beim Einhängern in den Karabiner nicht so sehr verdreht und dass irgendwas passiert, dass dann beim Start die Bremsleine um den Tragegurt verdreht ist. Also da sollte man auch ein bisschen genauer drauf achten. Der Start selber, hier sieht man gleich einen Vorwärtsstart, also der Klassiker, wie ihn wahrscheinlich Einsteiger, wenig Fliegerpiloten öfters machen werden. Ja, was soll man dazu sagen, man sieht es hier gleich wunderschön, der Schirm steigt ohne hängen zu bleiben, wunderschön gerade rauf, bleibt sogar über einen stehen, hat man hier kurz gesehen, und man hebt unheimlich schnell ab. Das hat mich sehr überblüfft, also man wird hier zum Startmuffel, möchte man sagen. Nach dem unglaublichen Easy-Start, naja, das kann man wirklich sagen, so schnell und komod bin ich schon lange nicht mehr mehr abgehoben, ist mir gleich aufgefallen, ja, der Halter reagiert sogar schön auf Gewichtsverlagerung. Ich meine, klar, nicht wie ein Hochleister oder ein Akkurschirm, aber für den A-Gleitschirm verheißt das eventuell gute Thermikeigenschaften. Oi, 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 wenn ich mir da so die beiden Gleitschirme unter der Kante anschaue, naja, schauen wir mal, über der Kante bin ich ja mal, und ob ich da ein Aufwind-Bundle finde. Ja, der gelbe ist drüber, steigt ein bisschen, schauen wir mal, ob ich da auch was mitnehmen kann. Ja, man merkt auch ein bisschen, der Schirm zeigt schön an, also er ist keine Sänfte, es hebt, man dreht ein, uh, das geht aber gut, er nimmt das Steigen wunderschön mit, lässt sich wirklich schön eindrehen, naja, da schauen wir mal, dass wir nochmal wirklich jeden Meter mitnehmen, und ich traue mich da, so vertrauensabweckend das Schirm-Punkto-Handling, dass ich da auch zur Wand zurückdrehe, dass ich halt die Thermik zentrieren kann, und da mit der mache, und wie man sieht, ja, ich steige. Wahnsinn, nicht schlecht. Was mir da bei den Kreisen gleich auch als weiteres auffällt, naja, der Schirm, der Flügel ist eher ein Flachdreher. Ja, man hat ein wunderschönes Handling, ich kann da wirklich toll zentrieren, das Gefühl, also, ich spüre an den Bremsen in der Kappe, was sich da um mich herum tut, also, man meint überhaupt nicht, da unter einem A-Gleitschirm zu hängen, also, das macht mächtig Spaß, und ich mache Meter für Meter für Meter. Na ja, das Steigen, das ist wirklich gut, und die ersten Flugmeter nach dem Start, ja, das bestätigt sich da jetzt beim Thermikfliegen. Ja, der Alter in der Thermik ist wirklich sehr, sehr gut, reagiert auf Gewichtsverlagerung fein, schönes Handling, zeigt wunderschön an, was die Luft um einen herum macht, ohne dabei nervös zu sein, ohne kippelig, ohne, also, ja, da passt einfach, wunderschönes, rundes Flugverhalten, das macht Spaß, na ja, und so ist man dann relativ bald einer der höchsten, und das mit einem A-Gleitschirm. Fliegen wir mal ein bisschen die Kante entlang, ja, so wirklich toll raufgehen tut es da zwar nicht, aber, was man da jetzt schon einmal merkt, der Alter nimmt doch die Lupfer mit, und kann man auch wieder sagen, ja, man darf nicht vergessen, wir hängen da unter einem A-Gleitschirm, und das funktioniert wirklich gut, und da beim Umdrehen, man hat es da im Video schön gesehen, na ja, also wirklich, Höhe verloren, oder was hat man da nicht, obwohl der Radius alles andere wie weit war, also das klappt wunderbar schön, na ja, und da merkt man doch ein bisschen, das könnte dann vielleicht für die ersten Streckenflug-Erfahrungen doch funktionieren. Ja, im Bereich Skywalk angekommen, und wie man sieht, ja, wir sind über der Kante, wir haben eigentlich keine Höhe verloren, ich würde einmal sagen, der Alter hat Streckenflug-Potenzial, also da hat er, wie ich schon vorhin gesagt habe, immer schön ein bisschen Höhe mitgenommen, ein bisschen Aufwind immer mitgenommen, ja, das könnte für die ersten Streckenflug-Erfahrungen auf alle Fälle reichen, nicht schlecht, wie der Alter da performt. Probieren wir da mal unser Glück, ob wir wieder ordentlich Höhe machen können. Uiuiuiuiuiui, das schaut nicht gut aus, ich glaube, da haben wir sich ein bisschen verspekuliert und ein bisschen zu blöd herumgespielt, um es einmal so auszudrücken. Wir sind unter der Kante, es ist auch ein bisschen Verkehr da unterwegs, an der Kante, unter der Kante, ja, da kommt uns gerade ein Tandem entgegen, den weicht man natürlich aus, dass der Meter halten kann. Ja, versuchen wir einmal unser Glück, vielleicht findet man noch ein bisschen einen Aufwind, dass wir sich wieder ein bisschen über die Kante raufzeckeln können. Na ja, schauen wir mal, was der Alter zusammenbringt, oder besser gesagt, der Pilot runter. Ja, man kann hoffen, es zeigt sich wieder mal, Handling ist in solchen Situationen schon ein bisschen Trumpf, wenn man da eng herumkurven kann. Das geht mit dem Alter ausgesprochen gut. Und schau, schau, wir kommen langsam aber doch wieder über die Kante drüber. Ja, also, ja, der Alter kann was in der Thermik. Also wir steigen da doch, wir machen Meter, das funktioniert, also, wow. Das, wie gesagt, man darf halt nie vergessen, wir hängen da unter einen A-Gleitschirm drunter. Also was er da in der Thermik im Aufwind performt, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wir haben es wieder geschafft. Wir kommen wieder auf Kantendiveau. Ja, ich würde einmal sagen, der Alter ist auf alle Fälle sehr gut für die Thermik geeignet. Man kann da einiges machen und bereitet da unglaublich viel Freude in der Thermik. Ja, ein paar Worte zu den Steuereigenschaften des Alters. Ja, klassentypisch ist halt ein Einser, ich muss das immer wieder erwähnen, sind die Steuerwege natürlich, also die Bremswege, die möglichen, bevor der Schirm wirklich zum Stollen anfängt, sehr, sehr lange. Aber, das Tolle dabei ist, dass das so abgestimmt ist, das Ganze, dass man zum normalen Kurvenfliegen gar nicht so viel Bremsweg braucht. Und wenn man das zusammen mit aktiven Fliegen, mit Gewichtsverlagerung macht, dann funktioniert das tadellos. und das ist sicher das Geheimnis für die wirklich ganz tollen Thermikflug-Eigenschaften des Alters. Da geht doch noch was, lass uns das einmal probieren. Ja, aber da draußen, wo ich da gerade versuche, da das letzte Rauszug quetschen, der Alterschlägt sich tapfer, also wirklich toll. Aber an diesem Tag war es einfach so derartig heiß, da ist es hauptsächlich an der Wand bei den Felsen gegangen. Ja, aber das Potenzial ist da. Der Alter zeigt es. Im Bereich Mautlandeplatz konnte ich so ein paar Kreise drehen. Ich konnte mich halten in der Höhe, aber wegsteigen war dann leider doch nicht möglich. Ja, aber unterm Strich kann man sagen, ja, das Thermikverhalten des Alters ist gewaltig gut. Das für einen A-Gleitschirm, also das ist wirklich spitze und macht megamäßig Spaß. Ja, ich bin ja schon Richtung Landeplatz, also in der Talmitte Schullandeplatz unterwegs und wie man sieht, ja, so ganz ruhig ist es nicht. Es ist, das Blutbad halt ein bisschen thermisch, wie ich schon sagte, der Tag war sehr, sehr heiß, also kontinuierlich Thermikblasen hat es dann nicht gegeben. Immer so ein bisschen auch bluppern und ja, und hoch bin ich da auch nicht gerade, wenn man das so sieht. Das Gelände fällt zwar raus etwas ab, aber ja, und da muss ich schon sagen, ja, gleiten ist gut, er nimmt immer auch die kleinen Aufwinde, die kleinen Blaserl mit, also das funktioniert einmal ganz, ganz gut, also das hat Potenzial. und so würde ich einmal sagen, ja, der Alter eignet sich auch für die ersten Streckenflug-Erfahrungen. Das Potenzial ist da, das funktioniert, das geht. Was ich aber sagen muss, was mir aufgefallen ist, ja, es ist ein A-Gleitschirm, ein Rennsemmel ist der Alter nicht, aber dazu komme ich noch, beim zweiten Flug dazu, äh, geht doch noch etwas, aber das werde ich euch dann nachher erklären. Gut, ich bin da im Landeanflug, seht schon, Fahrwerk ist schon leicht ausgefahren, der bricht der Fuß, ja, das funktioniert gut, das ist wirklich easy, ich drehe mich da ein für den Endanflug, ja, wie, das könnte knapp werden, aber das funktioniert, und das Schöne ist, ja, man kann den Alter auch flären, das funktioniert, und so habe ich den Landeplatz noch tadellos erreicht, ja, der Schirm ist rundum gelungen, kann ich nur sagen, na, nicht so schlecht, der Schirm, nicht so schlecht, für einen Hai auch, kann was, kann was, nicht schlecht, so schaut er aus, das Baby, echt gut, gut gemacht dazu, sehr gut, und weiter geht's, ja, wieder ein Vorwärtsstart, wie wir hier ja schon gesagt haben, total easy, man wird startfaul, natürlich kann der Apex auch rückwärts gestartet werden, ganz easy, aber, ein kleines Aber, das sollte man bedenken, der Schirm hat natürlich auch typisch sehr lange Bremswege, da kann es passieren, wenn man bei ein bisschen stärker wie zum Beispiel den Schirm wieder runter kriegen will, weil was nicht passt beim Start, dass einem die Hände zu kurz werden, naja, da kann man sich aber helfen, man nimmt die Hinterantragegurte, dann funktioniert das schon, aber, das sollte man, also gerade, wenn man da noch nicht so ganz fit ist, ein bisschen auf dem Übung sagen, auf die Wiese gehen, das auch üben, dass man da sicher Startabbruch machen kann, wenn man den Schirm verkehrt aufzieht, aber ein solches überhaupt kein Problem, geht genauso easy, ja, wie man da schön sieht, ziemlich bewölkt an diesem Tag, besonders gut geht es da nicht, aber, wie man ja schon ausführlich gesagt haben, der Alter ist im Aufwind, vor allem in der Thermik, sehr, sehr gut und macht Freude, ja, und da sieht man da ja auch wieder, ich kann mich da schön an der Kante halten, ist überhaupt kein Problem, geht wunderschön, macht mächtig Spaß, naja, und so wird man sicher auch als Einsteiger es relativ leicht haben, wenn man ein bisschen ein Gefühl hat, auch für die Thermik für den Aufwind, dass man da lange, lange Flüge genießen kann, natürlich auch, wenn es meteorologisch passt. Ja, was ist denn noch wichtig bezüglich Streckenfliegen? Naja, die Speed, das hatte ich ja schon angesprochen, ja, im Trimspeed ist der Alter auch typisch nicht eine Rennsemmel, nicht so schnell, aber, wenn man in Beschleuniger tritt, ja, da wird der Schirm deutlich schneller, also da habe ich nicht schlecht geschaut, was sich da tut, und vor allem bis Halbgas fällt er ein bisschen drüber, verliert er auch kaum Gleitleistung, sinkt auch nicht wesentlich mehr. Und das ist natürlich zum Streckenfliegen essentiell, dass man da ein Speedfenster hat und das ist für einen A-Gleitschirm, okay, High-A-Gleitschirm sehr gut und da jetzt würde ich auf alle Fälle sagen, ja, Streckenfliegen, zumindest für die ersten Anfänge, zum Probieren ist der Alter auf alle Fälle geeignet. Ja, fast hätte ich es vergessen, der Druck auf der Bremse, naja, der ist normal, immer nicht so, dass einem die Haxen brechen, aber man muss wiederum sagen, ja, das geht konstruktiv natürlich nicht anders, großer C-Drücken, also so ganz locker ist natürlich nicht, aber es funktioniert, das passt, und wenn man sich alles gut einstellt, also das Bildsystem beim Uhrzeug und mit dem Schirm, dass es zusammenpasst, funktioniert das auf alle Fälle tadellos. Der Ozonalter, ja, wie ein Alder, wie ein Freund, um das wieder vorher zu holen, der Alder lässt einem nicht im Stich der Alter, ja, ohne Ecken und Kanten, komplett rundes Konzept, eine Waffe, um es wieder zu sagen, in der Thermik, sehr, sehr gut. Ja, der Schirm kann was, ein unheimlich gutes Handling, gerade für einen A-Gleitschirm. Ich denke, einen Einsteiger wird dieser Schirm sehr lange, große Freude bereiten. Testfliegen sollte man den Schirm auf alle Fälle, ich denke mal, so mancher Pilot wird sich in diesem Flügel verlieben. Boah, es zieht schon wieder so herum, naja, Wetterprognose sagt, dass ich in der Nacht schon wieder ordentlich gewittern soll und die kommende Woche, ja, dann wieder regnerisch, deutlich kälter und bleah, das war ja auch ein bisschen Herausforderung bezüglich der Flüge mit dem Ozon Alter, also nicht Alter, um wieder den blöden Schmäh hervorzuholen. Punkt denn, Leute, das war es eigentlich wieder. Was möchte ich abschließend zum Ozon Alter sagen? Ja, der Alter wildert ganz schön bis im Mit-Bereich der Gleitschirme und also der Gleitschirmklasse, um es richtig auszudrücken. und so empfiehlt sich auch der Alter nicht nur unbedingt für Beginner, Einsteiger, sondern vielleicht auch für Leute, die mit B-Segment unterwegs sind, einen neuen, vor allem besonders, wenn man schon ältere Mit-B-Schirm vielleicht hat und einen neuen Flügelsucht könnte, sollte sich vielleicht ein Alter mal irgendwo herbesorgen, um den Probe fliegen zu können, denn ich denke, der Schirm ist auch die Muckerl und Wetter, Wetteränderung, Entschuldigung, die Wetteränderung zeigt sich, dass die Muckerl echt lästig werden und die Sonne knallt jetzt schon wieder zwischen den Wolken einmal durch rein. Nun denn, ja, wieder zurück zu den Schwierigkeiten, das ist, nicht nur beim Fliegen vom Flugwetter, sondern beim Filmen gibt es gewisse Herausforderungen. Nun denn, zurück zum Gleitschirm, zum Fliegen. Ja, also auch für Piloten, die vielleicht nicht mehr ganz aktuellen mit B-Gleitschirm haben, sollten sich unter Umständen, wenn sie einen neuen Schirm suchen, den Alter genauer anschauen, wenn es sich irgendwie ergibt, einmal einen Testflug damit machen, denn ich denke, auch für die Piloten könnte das interessant sein. Ja, und wie ich auch schon eingangs, schon ganz am Anfang gesagt habe, Ozon ist ja bekannt, eher agilere, spritzigere, sportlichere Gleitschirme zu bauen, das zeigt sich natürlich auch beim Alter. Und insofern nicht, dass er jetzt kippelig, rollig, anspruchsvoller weiß Gott was ist und ganz knapp da nur in die A-Klasse hineinpasst, absolut nicht, nein, das ist nicht der Fall, aber, und das habe ich sehr schön gefunden und das hat mir unheimlich gut gefallen im Schirm, der Schirm ist alles andere wie fliegender Panzer, gut, das sollte eh schon seit längerer Zeit vorbei sein, bei den Gleitschirmen, also bei allen A-Gleitschirmen, ist es großteils ja zum Glück auch schon, und der Schirm hat ein wunderschönes Handling, das hat mir unheimlich gut gefallen, ohne dabei jetzt nervös Kippeleg oder irgendwas zu sein, übermäßiges Rollen oder so in der Gegend herum, aber er lässt sich wunderschön zirkeln und das ist natürlich ein unheimlich tolles Kriterium zum Thermikfliegen, denn es ist das zweite, was mir so gut gefallen hat am Schirm, der Schirm, wenn du es heraus hast mit dem Thermikfliegen, wie das funktioniert, ist in der Thermik regelrecht eine Waffe, um es wieder viel zitiert, den Begriff Waffe zu betiteln, das heißt, wenn du ein Gefühl hast, das Thermikfliegen, das dann einmal heraus hast, wie das funktioniert, eben als Einsteiger, Beginner, der gerade einsteigt ins Gleitschirmfliegen und dann den Bogen auf einmal heraus hat, wie funktioniert das Thermikfliegen wirklich, weil Thermikfliegen ist eine Gefühlssache und er hilft einem, der Alter nämlich, weil er nicht alles wegdämpft bis zum Gehtnimmer, er zeigt sehr wohl alles an, was in der Umgebung, in der Luft herumlos ist, das ist sehr, sehr gut, ohne dabei jetzt nervös oder irgendwie ungut zu wirken, den Einsteiger da jetzt in Unsicherheit wiegen würde, absolut nicht, aber er teilt dir das mit und es ist gut, dass du eben auch das aktive Fliegen lernen kannst, dass du sofort deine Reaktionen spürst und merkst, was der Schirm damit macht, das ist ganz, ganz wichtig und das macht der Alter wirklich gut und dann, wenn du es eben dann heraus hast mit dem Gefühl, mit dem Thermik fliegen, der wird dich nicht enttäuschen, der Schirm steigt, du kannst eng kurbeln, ist interessanterweise eher, habe ich eh schon wieder gesagt, eher ein Flachdreher, also er kippt nicht so total auf die Flügelspitze, bleibt in Kommodenschräglage und steigt wunderbar, also das macht er wirklich gut und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut mit dem Schirm und dafür ist er wirklich sehr, sehr gut geeignet, also da Chapeau, also ambitionierte Einsteiger garantiert empfehlenswert den Schirm einmal Probe zu fliegen, wenn er dich dann natürlich anspricht, jeder empfindet es natürlich etwas anders, aber empfehlenswert ist der Schirm auf alle Fälle einmal Probe geflogen zu sein und der Schirm ist nicht allzu aufwendig, also viele Zellen und wie es gott was alles und ein Stabelschirm, das ist er zum Glück nicht, denn Ozon sagt ja auch, es ist ja eigentlich gedacht als High-and-Fly Schirm für Einsteiger und das ist er absolut der Schirm also mit dem Schirm verlernst das Laufen beim Starten jetzt einmal überspitzt ausgedrückt hängt natürlich auch vom Gelände und von der Windstart Situation und so weiter ab, aber du hebst unheimlich schnell ab mit dem Schirm total easy und super schön zum Starten also wirklich toll vielleicht was man natürlich sagen muss Leute dadurch dass er doch auf Leistung gebaut hat dünne zwar farblich getrennte Leinen und den Schirm was ich bekommen hab der war fabrikneu der war komplett neu und da waren die Leinen noch ein bisschen steifer hat sich dann aber mit die Anzahl 5 Flüge mit dem Schirm ist dann besser geworden also ist dann ein bisschen geschmeidiger geworden die Leinen man muss ein bisschen aufpassen vor allem bei der Galerie Leinen nicht schlampert beim Einpacken drauf schauen dass ich da keine Schlauffallen und der gleichen drinnen habe dazu neigt da ein bisschen gerade am Anfang wenn der Schirm neu ist meiner Meinung nach gibt es das mit der Zeit also es ist kein Einsteiger Anfängerschirm ich schmeiße der Schirm irgendwo hin Zupfer an den Leinen herum und dann geht das starten schon das ist mit dem Alter nicht so also da muss man schon ein bisschen drauf schauen sollte man bei jedem Gleitschirm empfehlen gute Startvorbereitungen drauf schauen auf dem Gleitschirm und dass das wirklich passt dass da kein Verhänger oder irgendwas da solltest du schon drauf schauen ist auch das Einzige was ich sagen muss achtet da drauf bei dem Gleitschirm Lange Rede kurzer Sinn ich kann wirklich den Schirm nur empfehlen allen Belangen gut ist dass er kein ultra leichter ist also er ist leicht gebaut aber nicht ultra leicht und somit wird man den Schirm auch sicher längere Zeit haben also für Piloten die geltende Handnehmer wollen gleich einen neuen Gleitschirm für den Anfang empfehlenswert kann man sich anschauen High Can Fly Ambitionen haben man kann den Schirm sehr kompakt zusammenpacken ist eben kein Staberl Schirm nur im Eintrittskanten Bereich die Versteifungen ein bisschen die Staberl drinnen also man kann ihn dadurch ziemlich kompakt packen also das geht das passt schon in Kombination mit den leichten Fly Gutzig oder Wendegutzig etc kriegt ein kompaktes kleines leichtes Packerl zusammen auch gut und natürlich auch ist auch schon rausgekommen im Video auch zum Streckenfliegen Anfangen Anfangen durchaus geeignet der Beschleuniger ist effektiv du merkst bis zum Halbgas wird der Schirm merklich schneller und er verliert kaum an Gleitleistung fast gar nicht sinkt auch nicht wesentlich mehr und das ist effektiv er ist im Trimspeed nicht ganz der schnellste aber gut ist ein A-Gleitschirm nicht vergessen ist ein A-Gleitschirm das passt nicht komplett ok er ist nicht langsam aber mit den High B konkurriert er natürlich nicht mit der flott getrimmten keine Frage das tut er nicht aber wenn ich in Beschleuniger reinsteige dann passt das schon dann ist die Beschleunigungsrange schon ganz gut und dadurch für erste Streckenflug versuche auf alle Fälle gut geeignet kann man diese Sparte des Fliegens natürlich auch gern verwenden ja gut was haben wir noch dazu sagen das meiste ist eigentlich eh schon gefallen Video ich möchte mich auch an dieser Stelle gleich mal bei Ozone Deutschland bedanken dass die mir den Schirm doch für einige Zeit zur Verfügung gestellt haben weil das Wetter war natürlich wirklich eine Herausforderung war nicht so leicht habe fünf Flüge machen können mit dem Schirm wie ich das Video aufnehmen vielleicht habe ich den Schirm noch ein bisschen länger schauen wir mal wenn sich da irgendwas tolles ergibt mit dem Schirm das ein super Flug machen kann mit dem Alter wäre ich vielleicht noch einen kleinen Nachtrag machen versprechen tue ich nicht wenn wir schauen wie ich dazukomme wenn sich irgendwas ganz tolles ergibt gibt es vielleicht noch einen kleinen Nachtrag das war es ich hoffe ich konnte jetzt ein bisschen was mitnehmen empfehlenswert der Schirm zum probieren auf alle Fälle und mir hat der Schirm viel Spaß gemacht hat mich hier und da wirklich überrascht um das ein bisschen strapazierte Wort in den Mund wiederzunehmen aber das stimmt schon wirklich sehr sehr angenehm schön dass ihr bis hier durchgehalten habt wieder viel bla bla auch dabei natürlich und einen Schirm möchte ich euch noch dieses Jahr wenn das irgendwie ausgeht vorstellen ich habe eine Zusage das ist ein C2 Liner nicht von Ozone anderer Mitbewerber hoffen wir dass das Wetter dann auch noch mitspielt dass ich den Schirm gebührend vorstellen kann drückt es mir die Daumen dass ihr das noch ausgeht dass ich ein zweites Vorstellungsvideo dieses Jahr euch bringen kann im Fredos V Vlog gut bleibt mir ein zu sagen danke fürs zusehen hoffe das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht konntet was mitnehmen hat euch neugierig gemacht auf dem Ozone Alter und wir sehen uns beim nächsten Video bis dann tschau und tschüss